Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Es ist Freitag, somit mal wieder Zeit um auf den Chart zu gucken und natürlich auch auf die aktuellsten News um was es bei XRP geht. Schon mal so viel vorweg, wir haben unser technisches Preisziel erreicht, überraschenderweise doch schneller als ich gedacht habe und wir befinden uns langsam auf dem Weg in Richtung bearisches Target. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So und dann gehen wir direkt rein in die Analyse. Momentan trailen wir bei 62 US-Dollar Cent und ihr seht hier diesen enormen Wig nach oben. Der Wig ging bis auf knapp 75 US-Dollar Cent und genau das war unser Preisziel von letzter Woche, wo wir noch drüber gesprochen haben und mit was hatte das zu tun, mit einer absoluten Fake News. Die Abwärtsspirale nahm Fahrt auf, als eine gefälschte Registrierung für den iShares XRP Trust auftauchte, welche zunächst fälschlicherweise mit einem legitimen Antrag durch BlackRock verwechselt wurde. Das hat natürlich bei allen XRP-Leuten wieder zu kompletter FOMO geführt. Wir sind 10% nach oben hin gepumpt innerhalb kürzester Zeit und genauso schnell, nachdem diese News dann bekannt wurden, dass es sich hier um Fake News handelt, ging es genauso schnell auch wieder nach unten. Trotzdem, technisch gesehen, wer das Video letzte Woche gesehen hat, kann sich daran erinnern, wir machen mal ganz kurz hier diesen Pfad wieder ein bisschen weg. Wir haben unser Golden Pocket jetzt bearish getestet und gleichzeitig haben wir ein höheres Hoch gebildet, was aber natürlich nicht drüber geschlossen hat. Somit haben wir eine Bearish Divergence, wir haben das Golden Pocket Bearish getestet. Also momentan sieht es hier ehrlicherweise überhaupt nicht gut aus für XRP. Bis auf diesen Move hier war die ganze Woche nichts Bullisches. Wir haben den Abwärtstrend jetzt etwas gestartet, das Volumen ist deutlich zurückgegangen. Also momentan muss man hier echt fairerweise sagen, auf Daily und natürlich auch auf 4-Stunden-Basis gefällt mir das ganz und gar nicht. Das einzige Positive, was man hier wirklich noch sagen kann, ist, wir haben hier extrem, extrem viel Volumen, weshalb dieser Wig hier möglicherweise nochmal in den nächsten Tagen aufgefüllt werden könnte. Vor allem die Bearish Candle ist die interessante, nicht die 4-Stunden-Candle, die grün ist, sondern eher diese 1-Stunden-Candle, die rot ist, weil sich hier natürlich die ganze Short-Liquidität angesammelt hat, die jetzt hier auf dem Weg nach unten hin weiter, weiter ihre Shorts natürlich auffüllen und Profite nehmen können. Um so einen Move wieder zu sehen, muss aber natürlich der gesamte Kryptomarkt nach oben schießen. Also wir werden früher oder später diesen Wig hier, genauso wie ich es damals auch hier gesagt habe, dass wir diesen Pump hier früher oder später wieder auffüllen werden, werden wir natürlich auch diesen Wig hier auf jeden Fall früher oder später wieder füllen können. Die Frage ist nur, wie schnell geht das derzeit? Wir sind im 1-Stunden-Timeframe teilweise schon wieder über Verkauf gewesen. Wir haben hier noch einen schönen Wig nach unten hin, was auch sehr, sehr gut mit zu einer ehemaligen Supportbox hier unten passen würde. Dass wir hier in diesem Bereich von knapp 60 US-Dollar sind im Laufe des Tages oder jetzt über das Wochenende nochmal gehen. Dann hätten wir sogar die Möglichkeit, hier einen schönen doppelten Boden zu bilden, den Wig zu füllen, auch mit sehr, sehr viel Liquidität, wenn ihr das hier unten seht. Und dann vielleicht sogar eine Bullish Divergence auszulösen und mit dieser Chance dann zumindest nochmal einen neuen Anlauf nach oben hin zu starten. Hierfür gehen wir aber nochmal in den 4-Stunden-Timeframe. Wir sehen, ein deutlicher Abwärtstrend ist erkennbar. Bis auf diesen Fake-Move, den wir jetzt eben hier durch diese Fake-News hatten, sehen wir, dass es hier ein akkurater Abwärtstrend ist. Also der läuft hier wirklich schön horizontal nach unten und genauso auch mit dem Wigs. Also besser kann man einen Kurs im Endeffekt hier wirklich nicht manipulieren. Wir haben einen perfekten geraden Strich nach unten auf beiden Seiten. Das heißt, obere und untere Kante perfekt verlaufen hier parallel. Und diese Chance hier oben sieht absolut ugly aus. Also das muss man fairerweise sagen, es sieht absolut ugly aus im Chart. Deswegen wäre es nicht verkehrt, wir gehen hier nochmal runter in diese Box, tanken nochmal Liquidität und versuchen dann nach oben hin eben, ja, zumindest mal dieses Hoch hier bis zum Golden Pocket und das ziehen wir uns jetzt hier auch mal ganz kurz bis circa, ich sag jetzt mal 70 US-Dollar Cent, maximal zwischen 69 und 70 US-Dollar Cent, dass wir uns diesen Bewegung hier auf jeden Fall nochmal zumindest holen und von hier aus dann sehen, wie es weitergeht. Weil übergeordnet ist es halt jetzt so, wenn wir jetzt nochmal in den Daily-Time-Film reingehen, wir haben das Golden Pocket hier getestet, ein Bearisher-Retest gewesen. Das heißt, Chart-technisch ist das nicht wirklich ein gutes Zeichen. Andererseits, und jetzt kommt das Positive für alle XRP-Freunde, wir haben hier die Liquidität schon einmal etwas rausgenommen. Das heißt, hier oben wartet eine Menge Short-Liquidität, kriegen wir jetzt einen richtigen Move nach oben hin. mit wirklich schöner Liquidität, schöner Breakout-Liquidität und dazu könnte dann dieser Downtrend oder gegebenenfalls auch Bullflag, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, diesen Aufwärtstrend hier, dann führen, dass wir die ganzen Shorter, die hier oben dann innerhalb von Minuten den ganzen Kurs wieder nach unten hingeshortet haben, dass wir diese liquidieren und dann sogar hier in dem Preisbereich um 81 US-Dollar Cent pumpen. Gerne mal eure Meinung dazu in den Chat, in den Chat, in die Kommentarspalte unten reinschreiben, was denkt ihr, sagt ihr, okay, nee, das war es jetzt erstmal für XRP, wir werden deutlich, deutlich tiefer tangieren, dann schreibt es gerne mal unten rein. Meiner Meinung nach müssen wir auf jeden Fall einerseits die Liquidität hier unten aufsaugen, andererseits auf jeden Fall diesen Downtrend nach oben hindurch brechen. Vielleicht noch ein interessanter Fact, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, noch das FIP-Level hier ziehen, also diesem Preisbereich von unserem Tief bei 47 US-Dollar Cent bis zu unserem Top bei 75 US-Dollar Cent, sehen wir auch, wir befinden uns bereits hier am 0,5er, sollten wir nochmal in diese Zone hier eintauchen, sind die 0,58 aufgrund des Golden Pockets, auch nochmal ein Szenario, also diese Box hier unten muss auf jeden Fall im Auge behalten werden, würde dann auch nochmal ein Retest darstellen. Sollten wir dann hier drunter fallen, bin ich absolut bearish gestimmt, sollten wir uns hier aber noch stabilisieren können, das heißt hier in diesem Bereich und kriegen dann unser impulsives Breakout nach oben, sieht das Ganze richtig, richtig gut aus und wir können uns hier möglicherweise auf eine Jahresendrallye bei XRP freuen. Also, wie gesagt, alles nur halb so schlimm, die Korrektur haben wir gesehen, nachdem wir ins Golden Pocket hier oben reingekommen sind, das war die Analyse, das lassen wir aber noch ein bisschen beiseite für ein mögliches bearishes Preisziel und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Start ins Wochenende, lasst es euch gut gehen und wir hören uns auf jeden Fall zum nächsten Video wieder, morgen dann, ansonsten, wenn ihr nur XRP anschaut, dann auf jeden Fall bis nächsten Freitag, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.